Die Johanniskirche ist ein Kirchengebäude im südlichen Teil des Muristan im Zentrum der Altstadt von Jerusalem. In der Kirche wird ein Teil des Schädelknochens von Johannes dem Täufer als Reliquie verehrt. Geschichte Die Kirche wurde als eine der ersten christlichen Anbetungsstätten Jerusalems errichtet. Die in das Heilige Land verbannte Ehefrau von Kaiser Theodosius II., Kaiserin Aelia Oedusche, gründete im 5. Jahrhundert mehrere Kirchen und Andachtsstätten, darunter auch die Kirche des H.L. Johannes. Diese war Johannes dem barmherzigen Patriarch von Alexandria geweiht und bildet die heutige Krypta. Die heutige Kirche wurde 1170 von den Kreuzrittern über den byzantinischen Ruinen errichtet, wobei die Vorgängerkirche, die heutige Krypta, wieder aufgebaut wurde und war Teil des 1073 von süditalienischen Kaufleuten gegründeten Pilgerhospizes. Hier entstand der 1113 von Papst Paales II., anerkannte geistliche Johanniter Ritterorden, der sich mit Krankenpflege befasst. Das Patrozinium der Kirche wechselte in dieser Zeit auf Johannes den Täufer. Es wird vermutet, dass nach dem Fall von Jerusalem im Jahr 1187 einige Ritter noch weiter den Krankendienst versahen. Beschreibung Die Kirche ist durch ihre schlichte Fassade in der römische Spolien verarbeitet worden, nur unscheinbar und daher schwer zu finden. Die Dreikonchenanlage hat kein Langhaus. Das Niveau der Kirche liegt zwei Meter unter dem heutigen Straßenniveau, die Krypta liegt noch drei Meter tiefer. Krypta Die tiefer gelegene Krypta ist nur von außerhalb der Kirche zu erreichen. Diese stammt aus dem 5. Jahrhundert und ist ein Steingewölbe. An der Wand hängt ein Bildnis der Gründerin Kaiserin Eudusche, die durch ihre zahlreichen Kirchengründungen manchmal als zweite Sankt Helena bezeichnet wird. Sie soll im Alter von 59 Jahren im Jahr 460 gestorben sein. Bedeutung Die Kirche wird als Mutterkirche der englischen Johanniter angesehen und von der griechisch-orthodoxen Kirche genutzt. Der reich verzierte Innenraum mit seiner grün-goldenen Ikonostase gilt als eines der meist verzierten Kirchenkunstwerke in Jerusalem. Unter der silbernen Kuppel der Kirche ist ein Wahrzeichen Jerusalem zu sehen, ein symbolisches Bildnis des HL. Geistes-Achtbund-Glasfenster schmücken den unteren Teil der Kuppel. Reliquie In der kreuzförmigen Kirche sind überall Symbole des HL. Johannes zu finden. Der wertvollste Besitz befindet sich gleich hinter dem Eingang auf der rechten Seite. Es ist eine mit Gold und Juwelen eingerahmte Reliquie der Schädelbasis von Johannes dem Täufer, die hier von den Kirchenbesuchern verehrt wird. Die Kirchenbesuchern